Hey Leute und willkommen zu einer kleinen neuen Serie hier auf unserem Kanal. Und heute... In dieser Serie geht es um... Ich komme gerade nicht um zu tun. In dieser Serie werde ich euch zeigen, wie man Sachen in Minecraft baut. Und da fangen wir heute direkt mal an mit einem Computer. Das sollen alles so um die zwei Minuten die Videos werden. Damit es schön schnell und knackig wird. Und ja, für einen Computer braucht ihr erstmal einen Schreibtisch. Und den baut ihr aus einer 3x2 Plattform, hier aus Holzblöcken meiner Meinung nach am besten. Und dann packt ihr hier drauf überall Holzdruckplatten. Hier eine Steindruckplatte, das wird hinter die Tastatur. Und dann machen wir erstmal den Stuhl davor. Vor jedem Schreibtisch gehört ein Stuhl. Weil ich kenne keinen, der so oft im Stehen zockt. So, perfekt. Und jetzt kommt hier in diese Lücke, hier zwischen dieser Holzdruckplatte und dieser Steindruckplatte, ein Gemälde. Nein, nicht so ein Gemälde. Das wäre ein ziemlich komischer Desktop. Nein. Na, du das. Yeah. Gut. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Laptop. Und ja, ich würde sagen, das ist ziemlich cool. So ein schöner Computer hier. So ganz gechillt kann man hier mal sitzen. So. Oh, was war das denn? Hier kann man ganz gechillt mal so sitzen und so ein bisschen abchillen. Und dann so. Ja, 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 ja. Und ja, so kann man hier Sachen machen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann zeichnet es mit einem Daumen hoch. Und ich werde sowieso mehr machen. Aber wenn es euch gefällt, dann zeichnet es mit einem Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Tschau. 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 Tschau.